ok also in 3 2 1 herzlich willkommen liebe leute zu einer kleinen angespielt runde mit stormblade und mal ex und zwar im spiel an wie turnen und dem neuen teil das irgendwie so bisschen die engine bewerben soll was möchten wir spielen hier gibt's drei modi blitz koop blitz und das match das ist wahrscheinlich free for all oder das ist dasselbe da stehen wir die sagen ich hätte es einfach mal gesagt schon classic also kürzlich nicht okay dann machen wir ja nicht blitz kommt mir irgendwie so ein bisschen vor wie capture the flag oder so das sieht aus wie king of the hill oder so und also anderen also ist einfach jeder gegen ja jetzt wird einfach rumgebratzt und jeder muss dazu sagen ist der kat schon geübt ja ist halt echt connection to server lost alles klar ich hab ich hab ich bin tot erst mal explodiert ich versuche ich nach zu tun das wäre ganz cool ich weiß nämlich nicht kack waffe granatwerfer schlauch der typ hat mich schon wieder gekillt ich kann mich nicht nachscheinen läuft bei dem ich bin rausgeflogen ja kommst jawohl nee wie denn ich weiß keine ahnung ich kann nicht aimen ja join party fail to connect versuchst du noch mal ja ok sonst mussten wir doch mal rausgehen ist ja nicht schlimm ja das sind das verzeihen die leute ich kann die nicht nachscheinen was ist das denn für eine waffe wie heißt das ding wo ihr seid ich hab ihn gekillt ich hab ihn gekillt das sind die einzigen mit flagge was drückt mal tab nämlich seid ihr auf keinem server es zeigt einfach nur wie geil wir sind ja ist so die anderen sind bestimmt bots jetzt kommst du nicht mehr rein sollen wir rausgehen komm wir gehen raus mal ja komm wir die waren halt eh zu schlecht für uns ja ist halt echt so wir müssen wir müssen ein bisschen auf unseren auf unserem niveau spielen ja ich lade noch mal ein also das free to play leute jeder kann sich austoben bitte spiel das aber match found joining so ja so weit bin ich auch schon letztes mal gekommen loading aus da bin ich bis dahin bin ich gekommen dann hat gesagt ja ich konnte nicht connect also ich bin schon drin loading outpost 23 rolle wie so wie ein lappen pc ist ne sagt der wo die aufnahme müsste drückelt es kann es kann vielleicht sein dass wir irgendwie in einen server gehen wo halt nur zwei plätze frei sind das kann sein das kann sein obwohl es sind spielen nur sechs leute mit ich bin nur noch ein aesthetics gruppe ja dann gehe ich noch mal raus ja kurze derzeit die steuerung erklären nein du brauchst mich nicht töten sondern vielleicht hilft ist ein dash ja mit so einem leichten sprung immer ist der dash und natürlich ist leertaste der sprung bis überhaupt nicht mehr in meiner gruppe doch jetzt nicht mehr bloß ja jetzt vielleicht sollte möchte ein anderer die gruppe auf okay wir versuchen nochmal der smatch ansonsten versuchen wir mal einen anderen modus vielleicht koop ist ja verrückt dass wir zusammenspiel und ich gehe gerne war es also durchschnittliche wartezeit ist 1 minu 17 das war bisher aber schneller ja vielleicht haben wir jetzt auch recht was gefunden wo einfach drei leute fehlen so das stimmt das wäre geil ja wäre schön ja wäre wirklich gut also die 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 waffen sind ich glaube die selben ich weiß nicht wann war euer letzter android tournament teil den ihr gespielt hat 300 jahre her gut bei mir auch glaube ich 2008 drei oder so glaube ich ja habe ich glaube ich da wo ich bin natürlich nur auf lan aber mein letzter war der wo man auch im koop diese monsterwellen kaputt machen konnte ja das kannst du ja das habe ich glaube ich noch nie gespielt doch den habe ich auch gespielt ich weiß nicht aber wie vielen das ging aber ich denke bei vielen das werden die drin behalten haben bei den meisten ich habe auch das erste unreal gespielt also es hieß nur unreal ob das habe ich sogar noch irgendwo rumliegen mit schaum join ich bin erster drauf ist kein anderer drauf gerade das ist schon mal gut alles klar ich bin auch drauf schon warm up ich bin drauf jetzt müssen wir doch auf drei andere warten grafik echt das ist leder ist nach ok ich hab dich irgendwo gehört grafik ist scheiße groß wie krass oh hi alles klar ok tschau ja walex ich hab mir kacktaschen ich hab mir nicht an ha 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 ich hab dir recht getroffen yo heis granatwerfer heis granatwerfer heis granatwerfer ah warte mal ich muss nur kurz was bei der einstellung in den dann ich will nicht töten wo steht denn das leben und alles hier 55 auf 42 rüstung also unten links war schon mal eine richtige idee weil unten links ist gar nichts ja okay die kamera hinzustellen wo bist du ich hab dich gesehen aber wo bist du es gibt ein double jump jetzt hat er den minigun jetzt ist es deine minigun ja danke bitte ich nehm mir doch mal tschau hier seid bei der minigun der schüsse komm her hab ich gesehen wirklich so der hat mehr rüstung steh bleib fuck man zumindest können wir den warmup spielen ja das stimmt ja ich war in der ecke scheiße es gibt wall jump oder es gibt wall ride auf jeden fall wow wall ride ja tatsache guck mal wiii hab ich gesehen alles klar ich wollte es nur da hängen aber nein der aesthetic muss noch mal auf volle ganze gehen ich leuchte lila oh oh schnell weg von ihm wo seid ihr ja jawohl grenade launcher komm mal her oh man ich hab ich wollte dich grad denken granate okami wir haben Leute bei uns ja nice er spielt jetzt wird habiger ok es geht los das ultimative battle würde ich sagen das entscheidet wer der krasse shooter spieler ist alles klar auf wollte ich auf wollte ich brauch erstmal ne waffe ich hab schon wieder diesen kack granat werfer brauch erstmal gegner ich hab nur die pistole erst ne waffe da ach was ist das denn ne ok ist das denn ne ok alter ich hab die voll äh die sind voll gut begegelt ich geh doch mal bei mir ich wurde versplasht ich hab die 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 auch verdammt der andere hat mich getötet am ende gewinnt der andere natürlich er ist halt der krasseste spieler von allen komm schon oh guck mal er kann mit strg so sliden lol was jawoll ich hab ihn krasser boi ich die sniper ich bin direkt in den ding rein gejumpt das war schlau das sliden ne ja ich sehe ich merke es auch gerade nicht so viel bewegt es doch alter ziehe es den anderen ab mach ich ist ist alter hoff der oben snipert die feige so ne ich kann nicht sniper hilf mir hintermessen alter jetzt war ich ah ronado jetzt alter ich hab nur ne pistole mit mir feige ist nicht so das ist fair dann nehm ich die waffe du musst nur nochmal rechts gehen 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 ich weiß wo du bist Remade Launcher das ist kacke Alter ich bin jetzt noch einer du hast jetzt noch eine recht schnell stelz gefällt der andere hat uns dann alle drei getötet ja ich finde die waffen spawns ein bisschen komisch alles klar alles klar okay ich nehme das einfach mal zu nein ah du wichse du musst halt in den Lauf schießen ich habe aber gleich nix mehr aber ich hatte eh kein Leben mehr das war mir klar doch nicht gern ah shit ja du wichse irgendwann fick ich dich ja der ist richtig scheiße kommt damit auch gar nicht klar stop me easy easy ah du wichse irgendwann fick ich dich ja du kannst die echt auto aimen die rakete ja ja du musst für mich zeigen ich weiß denn hier ist aesthetic ich weiß nein da ist irgendwas ich habe meine ich habe mich weg getötet geil ich habe mich irgendwie geboostet ich weiß nicht wie ich bin erster ja genau aus allem wettkampf machen ne der darlichen werfer was seid ihr wo den ist ja ich kann Der sniperte mich, ne? Naja, die Waffe kam irgendwie automatisch, ne? Was spawnt der in meinem Gesicht, ey? Oh fuck, ich bin lebt, ne? Lol, Rocket Launcher Alex, da! Scheiße, da hast du besser gerocket launchert als ich Ja, ich hatte ja auch noch Aiming, also Auto-Aiming Ja, hab ich auch Ja, korrekt Ist der ich? Ja Ich dachte nicht so, aber ich dachte den Schuss nicht noch raus Oh Alex! Ah, schade Killed bei Stormblade Ja, Mann, das ist so gut, die Waffe Ich hab irgendeinen Speed-Buff bekommen Du, seh dich Haha, du Arsch Ah, da kommt da wieder einer von hinten, ey So, Pedos, ey, ist das nicht Warte, ich brauch einen Rappen Oh mein Hab gegen den scheiß Pilot geschossen, die Slash geklickt Achso, haha Scheiße Ja! Komm ein! Oh, ich brauch noch nie Ah! Ich hab das Video Oh, muss ich immer bei dem Granatwerfer spawnen? Ja, ich auch dauernd, ey, das nervt voll Ja, ich auch dauernd, ey, das nervt voll Hm! Ey, die springt vor der Wand weg Tachadi Das ist die Schüsse Alter, diese Auto-Aim-Raketen, ey, die sind das Schüsse Geist genug Lol, der hat er mich gegen Harder mehr eingegeben Wow! Ich glaub gar nichts, als ob die 3 Raketen haben nur von oben Haha Ja, guck, Auto-Aim Alter Warum gibt's das Auto-Aim, das ist voll Ati Oh, ich hab Damage Ah, sehr schön Hast du geschossen, ne? Dinger muss man eigentlich nur mit Reck-Skill reaktivieren Okay Ja, die ist voll geil, der Granatwerfer Da ich sowieso so oft bei dem Spawn, dann könnte ich ihn auch gleich benutzen Ach, guck mal, ich hab meine Beatlings zu werfen Perfektionieren Früher war diese komische, ähm Splash-Waffe, wo diese Schrottkugeln schießt, meine Eltern ist es Echt? Ja, ja Ja, die macht auch ordentlich Damage Desintegrier doch endlich Ah, von links Der wächst da Noch 3 Minuten, ja Können denn nicht mal, äh Ah, geht doch Fuck, da oben ist ne super cool, aber die würd ich gerne Rocket Signs Ich hab irgendwas bekommen, ich weiß nicht was Ne, was ist das? Shield Ja, ich hab's geklaufen, oder? Hatch Uwaaai Ge-Stoils hab ich ihn Ja, das ist so richtig Ja, das ist so richtig Nein O, bin runtergefallen You found out you can fly Hehehe Okay Nein! Ich hatte aber auch so wenig Leben. Ich reche dich! Tu es! Ich reche mich nicht! Ja! Ah! Warte! Kack machen! Wer ist integrieren? Scheiße. Blöder Granatwerfer. Hast du mich zutiefst mit dir? Alle... Was passiert? Suck! Oh Mann ey! Der aktive Winigun ist scheiße. Aber ich bin letzter gerade. Verdammt! Alter jetzt wohl wieder mit den Kronenwaffen. Hab ich denn keine Nachkampfwaffe? LOL! Blast der Dail von neben mir! Jetzt geh ich schon mal weg! Alter, der Typ mit dem Raketenwerfer einfach nicht ballern. Ich hab's nicht weggekriegt. Fuck! Den Raketenwerfer! Okay! Der Typ geht ab! Fucking Raketenwerfer! Der hat wahrscheinlich die Map schon in- und auswendig gelernt und weiß wo die Waffen sind. Das war richtig! Ich weiß jetzt auch schon! Ich weiß wo der Granatenwerfer ist! Was war's? Ich weiß wo der Raketenwerfer ist! Das hell ist... Ich weiß zwar nicht immer wie ich da hinkomme, aber... Aber... Ich hab das Power... Äh ich hab die... Ich hab das Lieder in der Power-Up. Jetzt sind alle kaputt. Das hält nur 20 Sekunden. Hallo! Alles klar! Alles klar! Ich spawne! Ich suche eine Waffe und was ruge ich? Es hätte ge... Ich hab's nicht eigentlich gesehen und wieder hochgekommen! Alter, das war so schön! Das ist wie geil! Alter! Das gibt's doch nicht! Wie... Tote... Ich krieg jetzt nur noch aufs Maul gerade! Ja, ist aber auch! Nein! Ich bin gekillt! Boah! Alter! Killt der lieber mich anstatt den... Ja, ich will... Dauert ihn gerade! Ja, ich will... Dauert ihn gerade! Ja, ich will... Dauert ihn gerade! Dauert ihn gerade! Was? Du hast mich getötet? Ja... Ja, nur du! Der andere... Fuck! Killt weiter mal Alex! Wee! We kill! Ja, der Wall-Wild hat nicht geblieben! Kommt der auch mit dem Raketen-Werber, ey? Ja, meine Waffe war der! Ah ne, doch, ne, ich hab nicht gewaffnet! Läuft! Alles klar! Ich geh... Ja! Oh, da hat der ein Schild, da hab ich keinen Scheuch mehr, weil er direkt... Okay! Ah! Oh! Nee, wir haben gleich viele! Ich weiß, aber ich bin zehnmal wieder gestorben als du! Scheiße! Ich... Ich hab doch gesagt, ich krieg ich... Hab halt nur aufs Maul gekriegt! Level up! Ich hab aber auch... Ja, aber ich hab zehnmal mehr aufs Maul gekriegt! Ja, mach mal... Bleib mal grad drinnen und grad die nächste Runde noch mit! Ja, würde ich sagen! Wie lange ging die denn? Hat wer drauf geachtet? Äh, ne! Dann machen wir die noch mit! Alles klar! Äh... Noch? Nee, nicht noch! Machen wir Outpost! Hatten wir doch eben, oder nicht? Ah, ne, wir hatten Schill! Ne? 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 Achso! Im Underland! Okay! Dann ist es ein Kopf-ver-Kopf-Rennen! Ah! Der Binho... Der andere ist weg, oder was? Ja! Da war noch irgendwer! Die waren voll krass! Lol! Ich bin mir einfach! Jo! Cool! Äh... Unreal Progress has crashed! Unreal Tournament 4! Unreal Tournament Fehler! Dankeschön! Schade! Schwarzes Bild! Ja, liebe Leute! Das war's von mir! Okay! Wow! Gut! Dann geht ja auch los! Sehr gut! Dann machen wir wohl hier Schluss, würde ich sagen! Jo! Nächste Folge kommt dann mal irgendwann anders! In drei Jahren! Ist halt doof, jetzt geht's auf! Ich hab gewonnen! Okay! Ja, ich geh... Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder! Irgendwann! Sorry! Ist ja nicht schlimm! Ja! Wo ist meine Maus? Ich find meine Maus nicht! Wo ist meine Maus? Mhm! Die Maus ist weg! Ich kann die Aufnahme nicht spenden! Meine Maus ist weg! Alles klar! Hallo Leute! Ja, ähm... So ein Postgame so! Eine Maus! Aber da ist meine Maus! Doch, aber jetzt... Jetzt wo wir aus sind... Ja, also... Unsere Zuschauer gehen schon auf den Senkel, dass wir uns so eine Kacke hier angeben müssen! So ein Scheißspiel, ey! Ja! Ja, und Ästhetics-Leute sind alle Kinder! Und dann damit Tschüss! Haha! Tschüssi! Wenn ihr unter 14 seid...